Ich bin nicht jüngerlich. Spannend wird es da, Schatz. So, Dominik, du schatzt es aus, probieren wir es noch mal. Man ist wieder auch ein Training, sie wird für das nächste Jahr gleich das Einsteigen geben. An die Träge, fertig! Hey, das ist dunkel, Freunde! Dann lassen wir es wieder zu machen. Das Rennen muss weitgehend im Sau-Druck absaugen. Das Team Boat Brothers und die Mannschaft das Kunden sind. Somit fehlt unsere erste Mannschaft. Dann haben wir in Ahnung mit vollgemacht. Wuhuuu! Wuhuuu! Schneller! Wuhuu! 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 Heute Abend um 21 Uhr. Wuhuu! Machen wir mal weiter. Wuhuu! Wir sind ja nichtürkig versteckt. Wuhuu! Ja, so war letzte Mal. Ein bisschen rausgemontrieren. Wohuu! Aber da war noch nicht so. Aber wir sind auf dem Zeitraum, wir aufholen müssen. Ja, wir wollen es von der Drohne. Jetzt kommt noch einfach. Das war das Ziel. Fertig! Der Einstieg ist sehr entscheidend. Es ist bei beiden sehr gut gelungen. Leichte Vorteile für die erste Mannschaft. Wobei jetzt AS-Eyroff aufholt. Anfeuernde Ediger! Auf geht's! Arbeck! Arbeck! Holt alles raus! Wo ist der Hai? Alex Martin! Wir fahren in den nächsten Sieg ein. Das ist der Serienzieger. Arblicher Sautogrenfahrer. Alexander May. Bravo! 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 Applaus Hallo! Wir haben das selbe Zwang und reingehen! Mann, Mann! Arblicher Sautogrenfahrer. Arblicher Sautogrenfahrer. Jetzt in die Tasche. Arblicher Sautogrenfahrer. Ich darf das Wasser umsonstig zu echten.